Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Pfeiffer und die Wulff. Mit dem bei 85 wieder David und ein kleiner Wuff. Hallo. So, Wuff hat eine Ölquelle entdeckt und da fliegen wir hin. Ja, und der Wulver, der hat sich verrechnet und muss noch 3,4 KME herstellen. Ja. Und David, was machst du? Ich hüpfe gerade mit dem nicht rum und warte auf irgendwas. Ja, du hast das ja eben eh automatisieren. Ja, der Punkt ist, was soll ich dann automatisieren? Erze werden automatisch gebrannt und ins EMI rein. Ja. Automatisches Crafting. Okay, das soll ich jetzt sagen. Glückwunsch, das dauert. Aber ich werde es machen. 13. So. Das ist ja sehr gut. So ein Zirkeltkreis mit einer Hexe drin. So auch direkt beim Valkan. Das ist das schöne Gegend, ja. Ich bin nur 1500 Meter nach entfernt. Boah, ich wünsche mir ein Tubo-Antrieb. 13, genau. 13 und? Achso, 3,4 Kistein. So. Hier ist ja eigentlich auch die Rüstung, was wir in Ticket gehabt haben. Was? Hier ist ja auch die Rüstung, was wir in Ticket auch gehabt haben. Diese Nano? Ja. Bestimmt. Äh, bestimmt. Aber die braucht man nicht. Noch ein Interessener gefragt. Wurde bestimmt geben. Wurde es bestimmt. Wurde es sich vorhin so viel Silikon hergestellt hat. Ja. Silikon ist wichtig. Wichtig. Ähm, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich nicht. Was brauche ich dafür? Dafür brauche ich die 19. Na Gott sei Dank habe ich die 19 vorhin schon. So, jetzt bin ich leichter. Danke David für die Beschleunigungskarte. Das hilft. Boah, wir sind schneller. Und es geht auch richtig schnell. Also vorhin so, Tag. Tag. Was ist das für ein Gebiet hier? Okay. Wäre sein, dass du gerade über Märchenwald fliegst. Könnte möglich sein. Oh, das ging wirklich schnell. So, ich habe drei davon. Boah, das ist nur Wasser. Na, flieg weiter, übers Wasser drüber. So, davon habe ich drei. Jetzt bräuchte ich diesen einen. Das ist richtig, dass in Minecraft Welt rund ist. Das ist Blasphemie. Ja, aber irgendwie habe ich runde Bögen. Ich wollte das verstehen. Minecraft ist rund. Könnte bitte schlafen gehen. Ja, klar. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Ich schlafe. Gut. Es wird nur noch einer, wo noch zusätzlich schläft. Ja, der nähert sich langsam dem Bett. Mit einem... Ein Creeper. Ja, David ist halt gern ein Creeper. Ja, ja. Er hat sich aber durch etwas verraten, David, dass seine Mütze trägt. Eine verdammt große Mütze. Äh, so groß ist sie die Höchwelle gar nicht. Ich weiß, was ist wenigstens besser als gar nichts. Okay. Dafür ist er jetzt so weit gereist. David. Hm. Schlafen. Ah, so. Das ist so. Das ist so. Ups. Irgendwie hat die Fledermas echt viel zu wenig Leben. Ach, warum bist du jetzt gestorben, oder was? Ne, allgemein. Du bist gestorben? Ja. Ich sehe noch nichts im Chat. Wollen wir. Okay, darf... Ich sehe auch noch nicht im Chat. Lobby, Druck. Still zum Chat, na ja. Logik, 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 Logik habe ich gar nicht. Da ist der Logik-Druck. Oh, das geht richtig schnell. Ich frage mich, warum die anderen nicht funktionieren. Es ist anders. Ich warte, dass das wiederkommt. Inspektor, ich weiß, wie kümmern sie sich drum? Ne, aber doch. Verhungerte. State in chat. Verhungerte. Du bist verhungert. Achso. Ja, wieso ist diese... Ja, okay. Na, komm. Hä? Ich hab das gesehen. Äh, kann einer kurz zur Query gucken, ob da Öl ankommt? Ich weiß ja nicht mal, wo die Query steht. Aber David weiß das schon. Ich mach kurz auf Batman und... Wenn die sammelt sich. Solange du nicht Superman machst, ne. Ich weiß nämlich nicht so. Ich weiß nicht, ob ich Superman eigentlich noch ernst nehmen kann. Warum? Ja, guck mal, der arbeitet als Enthüllungsjournalist, ne. Ja. Also arbeiten... Seine Mitarbeiter, also seine Kollegen sind auch Enthüllungsjournalisten, ne. Und die erkennen den Unterschied nicht zwischen mit Brille und ohne Brille. Bis... Ja. Also es kommt Öl an. Wenn's klar kennt ist, trägt er ne Brille. Großkräftig gebrannt. Es kommt Öl an? Ja, es kommt an. Und die erkennen den Unterschied nicht. Das kann ich, ich weiß ich nicht, kann ich nie ernst nehmen. Okay, davon haben wir... Okay, Wuf, soll ich deinen Kraftstein mitnehmen oder... Nee, nee, ich komm schon. Komm schon. So, so. Ich hoffe nur, dass der auch tief genug ist. 19. Aber wie sieht's so aus? Irgendwie hab ich grad den Üblen versagt. Was? Die Engines brauchen Redstone-Signal. Jaja, brauchen sie auch. Ich hab's ja noch nicht gestattet. Dann mach ich das jetzt. Okay. Aber erschreckt ihn nicht, wie geil die Query sich aufbaut. Die ist richtig geil. Ich weiß schon nicht. Hat er das schon mal gesehen? Hab ich. Hast du? Hat er... Was gibt's hier alles in dem Dorf? Ach, gemischt. Er ist noch irgendwo Redstone an der Query. Nein. Boah. So, einen noch und dann kann ich wieder... Aber da wird, wenn du irgendwie beim Gravur-Drucker irgendwie es hinkriest, dass da mehrere Sachen reinkriegen. Nein, das geht nicht. Geht nicht. Ich frag ja wohl. Gleichzeitig. Ja, wir sagen's dir nur. So, jetzt hab ich die Frage. Ist der Server grad stehen geblieben? Nein. Ist er nicht. Nein. Ah, jetzt. Ich muss auch einmal fragen. Du darfst aber nicht. Doch, hab ich aber. So, das braucht es. Das braucht es. Und da hängt gar keines Mötter-Reakt da drüben. Abbauen. Haben wir noch genug Strom? Fangen wir mal so rum. Schau mal an den Reaktor rein. Du kannst es ablesen. Aber normal sollte es ganz einfach reichen. Die Mülle. Naja, okay. Dann haben wir genug, wenn du das sagst. Wie viele Erze? Du hast jetzt alle Erze reingetan, wo brennen können. Ja. Okay. Oder, oh, Bienenkurve. Da freut sie. Wuff. Ja, also er hat jetzt Kupfererz, Eisenerz, Golderz und Jelolieterz. Prinzessin. Makellos. Makellos. Also ich nenn sie Warrior in den Namen. Hm, gemein eine Drohne. Eine Drohne brauchen wir nicht, ne? Ich probiere das jetzt einfach mal. Drohnen nicht, bitte. Na, okay. Ach, viel zu viele. Ach, Quatsch. Da können wir nie... So, ich komme wieder zurück. Ich gucke nochmal kurz zur Ölquelle. Die wird bestimmt schon leer sein. Nur von einmal anschalten. Nein, sie pumpen noch. Oder? Und dann ist der Restmatch schon stehen geblieben. Hat jetzt eh niemand was auf dem Server gemacht? Also ich hab die Crew angeworfen. Und ich hab... Deswegen war da kurz so ein... Ja, ja, deswegen. Und wir werden dann auch nämlich wieder mal, wie immer, um die Uhrzeit... Jo, Leute, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.